Hallo, ich bin Dominik Burch und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind ja gerade mitten in diesem Krebsvollmond drin. Der Krebsvollmond bedeutet ja, dass der Mond im Zeichen Krebs steht und die Sonne genau gegenüber im Zeichen Steinbock. Das heisst, Sonne und Mond beleuchten diese beiden Tierkreiszeichen Krebs und Steinbock. Und genau das wollen wir heute auch tun, diese beiden Zeichen etwas genauer anschauen. Und zwar tun wir dies anhand des deutschen Films Alles in bester Ordnung. Jetzt magst du vielleicht sagen, Krebs und Steinbock habe ich ja nicht als Sternzeichen, was interessiert es mich? Dann möchte ich dich einfach daran erinnern, dass wir alle haben die Zeichen Krebs und Steinbock irgendwo in unserem Horoskop drin. Und entsprechend werden bestimmte Lebensbereiche in unserem Leben von diesen beiden Zeichen geprägt. Also geht uns Krebs und Steinbock alle etwas an. Übrigens, ich werde dieses Video so machen, dass auch wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dass du dir dieses Video ganz gut anschauen kannst und etwas dabei lernen kannst. Und gleichzeitig werde ich das Video so machen, dass ich nicht zu viel zum Inhalt des Filmes verrate, sodass du dann anschliessen, wenn du möchtest, dann immer noch diesen Film dir anschauen kannst, weil ich dir das empfehlen würde. Der Film ist jetzt übrigens, soviel ich weiss, als DVD und als Download erhältlich. Ja, dann fragst du dich vielleicht, warum können wir von einem Film, der auf den ersten Blick mal gar nichts mit Astrologie zu tun hat, warum können wir von einem solchen Film überhaupt etwas über die Astrologie lernen? Denn normalerweise ist es ja so, dass wir, wenn wir uns ernsthaft mit Astrologie beschäftigen und Astrologie lernen, dass man meist so irgendwie beginnt, ganze Listen mit Schlüsselbegriffen auswendig zu lernen. Ja, man nimmt die einzelnen Tierkreiszeichen, die einzelnen Planete und so weiter und lernt dann einfach bestimmte Schlüsselbegriffe zu diesen einzelnen Symbolen. Und das macht ja irgendwo durchaus Sinn, nicht? Weil in der Astrologie machen wir ja nichts anderes eigentlich als, wir versuchen, Planetenstellungen symbolisch zu deuten, müssen dann aber diese Symbolik irgendwie in Worte fassen, in Sprache umwandeln. Und deshalb ist eben Astrologie eigentlich vom Charakter her eine sehr, sehr merkurische Kunst. Und der Merkur war ja auch in der traditionellen Astrologie immer der Planet oder die Gottheit der Astrologie. Ja, heute sagt man vielleicht Uranus, aber in den tausenden Jahren vorher war es eben der Merkur. Das Problem mit diesem Zugang zur Astrologie ist, wir haben es in der Astrologie mit Archetypen zu tun. Und Archetypen, die haben es an sich, dass sie sprachlich nur sehr begrenzt fassbar sind oder greifbar sind. Wir können die Archetypen sprachlich eigentlich nur irgendwie umschreiben, aber nie exakt beschreiben oder gar definieren. Die Archetypen entziehen sich dann immer ein Stück weit der Sprache. Und wenn wir versuchen, mit Sprache Archetypen zu beschreiben, dann ist es ein Stück weit immer ein bisschen ein Eiertanz. Wir können nicht ganz durchdringen zu den Archetypen. Deshalb ist es wichtig, dass wir versuchen, nebst quasi der sprachlichen Ebene auch ein intuitives Gefühl, einen intuitiven Zugang zu diesen Archetypen, zu dieser Symbolik zu entwickeln. Zum Beispiel, indem wir versuchen, im Alltag Archetypen zu erkennen, dass wir merken, ah, das hat so eine Marsqualität, oder das ist so venusisch, oder das ist so merkurisch, dass wir einfach eine Art Sinn dafür entwickeln, wie sich die verschiedenen Archetypen in der realen Welt, in der Alltagswelt manifestieren. Auch Kunst, verschiedene Kunstformen und insbesondere gerade eben auch Filme haben quasi die Stärke, dass sie eben ja nicht nur auf Sprache basieren. Und deshalb haben sie wie ein breiteres Instrumentarium, wie sie solche Symbolik und Archetypen transportieren können. Deshalb ist es eben ganz, ganz interessant, wie man in den Filmen zum Beispiel sehr oft diese Archetypen erkennen kann. Das ist dann nicht immer gleich deutlich oder gleich scharf, aber in manchen Filmen ist es ziemlich, ziemlich deutlich und ziemlich scharf. Und das ist eben dann auch der Fall in diesem Film, den wir uns heute hier betrachten, alles in bester Ordnung. Da kommen eben zwei Archetypen vom Krebs und vom Steinbruch ganz, ganz deutlich hervor. Und das Witzige ist, dass diese Archetypen dann präsent sind, auch wenn die Drehbuchautoren das gar nicht so beabsichtigt haben. Aber die Archetypen, die sind halt unterschwellig immer irgendwie vorhanden. Bevor wir uns gemeinsam den Trailer zu diesem Film anschauen, bitte ich dich noch, einen Daumen hoch zu geben und diesen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. So, mit dem können wir jetzt in den Film einsteigen. Alles in bester Ordnung kam letztes Jahr, vergangenes Jahr, wir sind ja bereits im 2023, da kam vergangenes Jahr ins Kino und ist inzwischen eben als DVD und Download erhältlich. Das ist ein Film von Natja Brunkhorst, das ist ein deutscher Film. Und die beiden Hauptrollen werden gespielt von Corinna Hafuch und von Daniel Strasser. Corinna Hafuch spielt dabei die Marleen und die Marleen ist so eine Sammlerin oder eine Messi, würden wir sagen. Und ich behaupte jetzt eben, dass sie ganz, ganz klar den Archetyp des Zeichen Krebs symbolisiert. Und der Daniel Strasser, der spielt den Finn und der Finn, behaupte ich, das ist der Archetyp des Steinbocks. Ich werde dann nachher begründen, wieso ich das behaupte. Das Schöne an diesem Film ist erstens, dass eben diese beiden Archetypen, Krebs und Steinbock, ganz, ganz deutlich kontrastiert werden, einerseits. Aber der Film zeigt dann exemplarisch auch auf, was passiert, wenn sich diese beiden Archetypen treffen, wenn die aufeinander treffen. Was kann da passieren? Und er zeigt eben auch ganz schön auf, wie sich diese beiden Archetypen trotz ihrer Gegenseitigkeit, trotz ihrer Unterschiede, wie sehr sie sich gegenseitig benötigen, wie sie sich brauchen und aufeinander angewiesen sind. Anders gesagt, wir sehen hier die Komplementarität, die Komplementarität der beiden Archetypen Krebs und Steinbock. Ja, schauen wir uns mal den Trailer an. Montage ist aber drin. Alles in Ordnung. Das Blöde an, wen ich besitze, ist man jetzt ständig am Waschen. Entschuldigung, es ist eine Heizungsrohrbruch in der Wohnung, über ihrer. Interessantes Lebenskonzept. Heizungsrohrbruch, brauchst du was zum Schlafen? Danke, ich bin untergekommen, die Nachwarn sind sehr freundlich. Kann ich nur nachts bleiben? Raus aus meiner Wohnung! Kriegst dein Leben nicht in den Griff? Für eine Nacht. Und nichts anfassen. So schwer ist das doch nicht. Einen Container bestellen, ausmisten. Sind wir schon ein altes Ehepaar? Du schmeißt heimlich Sachen weg und ich hole sie dann wieder aus dem Müll? Was ist denn los? Nein! Ich weiß, dass ich Hilfe brauche und die Bedingung, dass du da wohnen kannst, ist, dass du mir hilfst. Keine Weg, oder? Ne, die brauche ich noch. Ich habe Mitleid mit Dingen. Ich kann die noch verschenken an einen Freund, der die braucht. Du willst einem Freund eine kaputte Brotschneidemaschine schenken? Sei doch mutig, wirf doch einfach alles weg, ohne nachzudenken. Ja, wie fühlt sich das an? Ganz gut. Ganz gut, ja. Lassen Sie doch einen Heizkörper in ihr Leben. Und wie ist das Leben so, wenn man alles, was man hat, in einen Rucksack stecken kann? Leicht. Es ist alles in Ordnung. Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Na ja, Ordnung ist das halbe Leben. Willkommen in der anderen Hälfte. Nicht schlecht. Ja, der Finde ist halt ein Minimalist. Das heisst, ein Minimalist, das ist jemand, der versucht, mit so wenig materiellen Gegenständen wie möglich zu leben. Der versucht quasi täglich irgendwie ein Gegenstand weniger und am Schluss bleiben dann einfach noch ein paar ganz wenige übrig. Und das ist eigentlich so eine Form eines modernen Asketen. Ja, das hat so etwas ganz Asketisches, etwas Mönchhaftes. Und dieser Finde ist, der scheint irgendwie ein Informatiker oder Mathematiker oder sowas zu sein. Und der ist vorübergehend in dieser Stadt. Er hat da einen Auftrag, wo er in einer, das ist eine Art Flaschenrecyclingfabrik, wo er da quasi ein Ordnungssystem reparieren muss. Ja, die Software funktioniert da nicht mehr und dann sortiert die Maschine die Flaschen nicht mehr korrekt. Und sein Auftrag ist, quasi wieder Ordnung reinzubringen und das Problem zu beheben, damit diese Flaschen wieder richtig sortiert werden. Und jetzt, während er sich in dieser Stadt aufhält, kreuzt sich sein Leben mit dem, dem die Marleen. Und die Marleen ist, wie gesagt, ist eine Art Sammlerin, eine Art Messi und hat viel zu viele Gegenstände. Sie lebt ihm zu viel und er eigentlich ihm zu wenig. Und jetzt treffen quasi diese, diese zwei unglaublich gegensätzlichen Menschen aufeinander und sind dann plötzlich aufeinander angewiesen. Und das gibt dann so eine ganz schöne Dynamik und die wird dann quasi im Film durchgespielt, auf sehr unterhaltsame, humorvolle Weise. So, wieso behaupte ich denn, dass der Finn für den Steinbock steht und die Marleen für den Krebs? Das muss ich jetzt erstmal begründen. Und bevor ich das tue, möchte ich daran erinnern, dass der Steinbock ist der Tempel des Satuans. Steinbock ist der Tempel des Satuans. Saturn ist der Herrscher vom Steinbock. Und gleichzeitig ist es die Erhöhung des Mars. Auch der Mars spielt hier symbolisch noch eine Rolle. Im Gegensatz dazu, das Zeichen Krebs, das eben, wie gesagt, genau gegenüberliegt vom Steinbock im Tierkreis drin, das Zeichen Krebs ist der Tempel des Mondes. Das ist das Mondzeichen. Und gleichzeitig die Erhöhung oder Exaltierung des Jupiters. Also wir haben hier diese Dynamik, Steinbock einerseits mit Saturn und Mars und dann andererseits den Krebs mit Mond und Jupiter. Das müssen wir einfach im Hinterkopf behalten jetzt. Und weil diese beiden Zeichen sich gegenüberliegen, in einer Opposition, ist es eben auch so, wenn jetzt zum Beispiel der Saturn anstelle vom Steinbock im Krebs ist, also genau gegenüber, dann fühlt er sich dort nicht so wohl, der ist dort im Exil. Dasselbe mit dem Mars. Wenn der Mars nicht im Steinbock, sondern im Krebs ist, dann sagen wir, er ist im Fall. Also das sind eher schwierige, problematische oder herausfordernde Stellungen. Und umgekehrt, wenn der Mond oder der Jupiter im Steinbock landen, dann ist das auch eine schwierigere oder herausfordernde Stellung. So, der Finn ist also, so behaupte ich zumindest, das ist der Steinbock. Das ist ein saturnischer Typ. Steinbock als Tempel des Saturns. Und wieso denn? Es gibt ja eine ganze Reihe von Hinweisen im Film, die das quasi bekräftigen. Der Finn ist ja, wie wir gesehen haben, ein Minimalist. Das ist ein Asket. Was ist ein Asket? Ein Asket ist eigentlich ein Neinsager. Der sagt Nein zu den materiellen Dingen, zu den Dingen. Und der Saturn, das ist der traditionelle Neinsager. Der Planet Saturn ist der Neinsager im Horoskop. Und dann haben wir auch dieses Thema oder dieses Motiv von Wasser, das im Film immer wieder kommt und mit dem Finn assoziiert wird. Einerseits der Finn, der diesen Wasserschaden verursacht und dann im Wasser steht und er steht dann nachher im Regen draus, und es kommt immer wieder das Thema Wasser oder er arbeitet eben auch in dieser Fabrik, wo sie Flaschen, das sind ja Flüssigkeitsbehälter, ordnet, das ist auch wieder Wasser. Und tatsächlich ist es so, auch wenn wir vielleicht denken, ja warte mal, Krebs ist doch ein Wasserzeichen. Wieso jetzt Steinbock? Steinbock ist ein Erdzeichen. Es ist halt tatsächlich so, dass der Saturn traditionellerweise, wo der Planet Saturn mit Berufen und Tätigkeiten assoziiert, die mit Wasser zu tun haben, entweder am Wasser oder auf dem Wasser oder im Wasser. Saturn hat ganz viel mit Wasser zu tun, interessanterweise. Und jetzt haben wir quasi diese Assoziierung hier. Und dann auch das Thema Kälte. Saturn ist der kälteste Planet und das Zeichen Steinbock, das ist ja eben, jetzt haben wir aktuell, ist der Steinbock-Zeit, wäre es, eigentlich müsste es ja kälter sein, es ist ja viel zu warm momentan, zumindest hier, wo ich bin. Und Saturn ist ganz, ganz eng mit Kälte assoziiert. Und das haben wir eben auch, wir sehen den Finn, er hat auch eine kalte, kühle Ausstrahlung und dann ist er eben immer in der Kälte. Er steht einem kalten Regen draussen, einmal steht er auch im Schnee draussen. Da kommt immer dieses Thema, Wasser und Kälte, passt ganz gut zu Saturn und Steinbock. Und dann, auch wenn wir so den Finn ein bisschen charakterisieren, es ist ein bisschen etwas düsterer Gestalt, meistens dunkel gekleidet, zu einem bisschen düsterer Blick, auch fast etwas knöchig, der Daniel Strasser, streng, kritisch, diszipliniert, muss er sein, kritisch, das ist sein Beruf, er muss ja Probleme finden und beheben, deshalb ist er kritisch. Er ist auch diszipliniert, weil als Minimalist muss er diszipliniert sein, sonst könnte er sich nicht von all den Gegenständen trennen. Und dann auch, muss man schon sagen, dass das Zeichen Steinbock ist halt ein Stück weit vom Leben abgewandt. Das ist nicht wie der Krebs, der Krebs ist dem Leben zugewandt, lebensbejahend. Der Steinbock ist eher etwas lebensverneinend, könnte man sagen. Und dann ganz markant ist auch die Symbolik vom Aussenseiter, von dem Marginalisierten, von denen, die am Rande der Gesellschaft stehen oder sich quasi so in Grenzbereichen bewegen. Und das sehen wir halt beim Finn immer wieder im Film drin. Der Finn, er wird ja kurz, temporär obdachlos, wegen dem Wasserschaden, und landet auf der Strasse. Und ja, obdachlose, marginalisierte Menschen, das ist wieder Saturn. Saturn ist quasi der Schutzgott oder Schutzplanet, war von den Randständigen, von den marginalisierten Menschen. Dann haben wir eben auch diese Symbolik von an der Grenze stehen. Wenn wir bedenken, dass der Saturn, das war ja der, bevor wir das Teleskop erfunden haben, war ja der Saturn der äusserste Planet, den man kannte. Saturn ist ja der letzte Planet, den man noch vom blossen Auge sehen kann. Und so wurde Saturn halt immer verstanden als der Planet, der ganz am Rande aussen steht, ja, quasi an der Grenze zwischen dieser Welt, ja, von der irdischen Welt und der göttlichen Welt, ja, der, sagen wir, der, Jenseits ist vielleicht der falsche Begriff, aber quasi einfach die Grenze von Diesseits und Jenseits, sage ich jetzt mal etwas vereinfachen. Das war der Platz des Saturns. Und der Saturn steht da draussen und schaut in beide Richtungen, ja, ist quasi so an der Grenze, so wie ein Grenzwärter, könnten wir sagen. Im Film drin haben wir eben auch immer wieder, sehen wir den Finn, dass er sich in so Grenzbereichen bewegt, ja, wir sehen ja im Trailer auch diese Szene, wo er im Treppenhaus drin sitzt und das Treppenhaus ist ja eben auch, das ist so ein Grenzbereich. Treppenhaus ist nicht ganz drin, ja, ist ja nicht in der Wohnung drin, ist aber auch nicht ganz draussen, das ist so ein Grenzbereich. Und es gibt eine andere Szene im Film, wo er in einer Tiefgarage drin sitzt und auch da, ja, Tiefgarage ist auch so ein Grenzbereich, nicht drin, aber auch nicht draussen. Und das ist eben der Platz des Saturns, das ist der Ort des Steinbocks, ja, das ist an der Grenze. Von diesem Platz her, an der Grenze, von ganz aussen, schaut der Saturn und der Steinbock eben in beide Richtungen. Er schaut nach aussen quasi zur göttlichen Seite, sage ich mal, aber auch hinein, hinein in die Welt, hinein in die Gesellschaft. Er hat diesen distanzierten Blick und es ist dann eben diese distanzierte Perspektive, die den Steinbock auch so kritisch machen, ja. Er hat dann quasi den Überblick, aber er ist distanziert und kühl und dann hat er so den kritischen Blick und deshalb sind halt Steinböcke auch oft sehr kritische Menschen, also Kritiker, ja, ist nicht immer sehr angenehm. Der Finn, ja, der steht eben dann nicht nur immer so in diesen Grenzbereichen drin, sondern er sah, es gibt dieses Zitat irgendwo im Film, habe ich mir aufgeschrieben, wo er sagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann schaue ich mir gern die Dinge von oben an. und auch in der Fabrik drin, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann geht er auf eine Art Brücke, ist das in der Fabrik drin und schaut quasi die Laufbände, die Sortieranlage von oben her an. Also es ist eben sehr saturnisch, sehr steinböckig, wo man die Probleme, Situationen von der Distanz her betrachten muss, ja, das ist ein ganz typischer Zug vom Steinbock. Man geht auf Distanz und schaut die Situation eben von aussen oder von oben und wie auch immer einfach von der Distanz her an. Das ist sehr, sehr markant steinböckig. Und das macht den Steinbock aber auch zu sehr guten Strategen, das macht den Steinbock halt auch zu sehr kritischen, aber auch sehr pragmatischen Problemlösern. Ja, es ist halt auch ein Erdzeichen des Steinbock und somit halt auch sehr praktisch, ja. Und der Finn auch, der Finn ist eben auch sehr praktisch, das ist nicht ein Ideologe nur, obwohl man sagen kann, ja gut, das Minimalist, das ist ja ein Ideologe, aber es hat eine sehr praktische Form, weil er eben versucht, Gegenstände, sich von Gegenständen zu trennen, ja. Auch wenn er Nein sagt zu den Gegenständen, hat er immer noch zu tun, die Gegenstände beschäftigen ihn ja, also das Materielle. Und er hat eine praktische Seite. Und der Finn ja von seiner Aufgabe her in dieser Recyclingfabrik ja auch, er hatte ja ein praktisches Problem vor sich, das er lösen muss. Und er löst es, indem er eben quasi von oben runter schaut und dann versucht, Ordnung zu schaffen und Struktur reinzubringen, ja. Dass diese Sortieranlage die Flaschen wieder richtig sortiert, um das geht es dann eigentlich. Aber die Symbolik ist klar, ja. Praktisch und zugleich Ordnung und Struktur schaffen. Und das ist natürlich Steinbock schlechthin. Dann, was ist mit der Marleen? Die Marleen, behaupte ich ja, sie steht für den Krebs, für den Mond und auch für den Jupiter, der im Krebs exaltiert ist. Das zeigt sich darin, dass die Marleen, die wird ganz, ganz stark so als verträumt dargestellt. Ja, die ist immer so ein bisschen verträumt. Man sieht sie da auch zuweilen im Treppenhaus, wo sie so vor sich hinträumt, in einem Hörspiel sich anhört oder sie irgendwas. Oder es gibt so mehrere Szenen im Film, wo sie in einem, irgendeinem Kaufhaus oder so auf einem Bett liegt, quasi ein Bett antestet. Aber sie liegt dort und träumt vor sich hin. Und sie hat auch seinen etwas verträumten Blick. Ja, ich finde, die Corinna Haafuch, finde ich, spielt das ganz, ganz gut. Ich weiss nicht, ob sie das bewusst gemacht hat, aber es ist so unglaublich krebsig. So dieses Verträumte. Und dann auch ganz markant für das Zeichen Krebs ist die Thematik von Routinen und Gewohnheiten. Wenn wir uns vorstellen, der Mond, der markiert ja quasi den Monatszyklus. Und ja, das hat so etwas Routinemässiges. Der kommt immer mit den verschiedenen Mondphasen und so. Und auch in der astrologischen Häuserlehre, in der traditionellen Häuserlehre, ist er das dritte Haus assoziiert mit dem Mond. und zugleich eben auch mit dem Thema Routinen und Gewohnheiten, nebst anderen Themen noch. Aber das hat sehr, sehr Mund und eben auch krebsmässig, Routinen und Gewohnheiten. Und die Marleen scheint schon ein ziemlicher Gewohnheitsmensch zu sein. Sie hat so ihre gewohnten Abläufe, sie scheint immer im selben Kiosk einzukaufen, immer dasselbe einzukaufen. Es ist immer so, immer dasselbe, immer so dieses repetitive, wiederholende. Und das verbinde ich ganz stark mit dem Zeichen Krebs. Und dann, wo es für mich ganz deutlich wird, wie die Marleen das Zeichen Krebs symbolisiert, ist, wo sie sagt, und das kommt ja auch im Trailer kurz vor, dieses Zitat, wo sie sagt, ich habe Mitleid mit den Dingen. Die Marleen hat Mitleid mit den Dingen. Und das ist unglaublich krebsig. Das ist so krebsig, es geht fast nicht mehr. Wieso das so ist, werde ich dann nachher noch erklären. Sie ist eine Ja-Sagerin. Im Gegensatz zum Finn sagt sie Ja zu den Dingen. Deshalb ist sie auch eine Sammlerin. Sie sammelt ja die Dinge. Sie sagt Ja dazu. Ja, sie nimmt sie mit. Und dieses Ja-Sagen, das hat auch was stark vom Jupiter her, der eben auch ins Zeichen Krebs reinspielt, als exaltierter Planet. Jupiter ist der gütigste Planet. Das ist auch so ein bisschen der, der sagt halt gerne Ja, der sagt nicht gerne Nein. Ein weiteres zentrales Krebsthema, das wir bei der Marleen sehen, ist dieses Festhalten an Erinnerungen. Und die Gegenstände, an denen sie festhält und die sie sammelt, sind für sie ja Erinnerungen. Die Gegenstände haben für sie eine Erinnerungsbedeutung. Und sie hält an diesen Erinnerungen fest. Und das ist der Grund, weshalb sie diese Gegenstände nicht loslassen kann. Sie will diese Erinnerungen nicht verlieren. Und das Thema von Erinnerung, das ist eben auch ganz, ganz zentral im Zeichen Krebs. Und auch das werde ich nachher noch begründen. Und dann letztlich etwas, was auch ganz typisch ist für das Zeichen Krebs, ist dieses Ziehen einer harten Grenze. Es ist quasi wie die Schale oder der Panzer des Krebses, des Tieres, diese harte Grenze, wo man eine klare Unterscheidung macht von was ist drinnen und was ist draussen. Alles, was drinnen ist, in dieser Grenze, das bemutert man dann. Und das kümmert man sich. Und das pflegt man. Und das sorgt man sich. Alles, was ausserhalb der Grenze ist, da kann man sich gut davon distanzieren. Man hat einfach diese wirklich harte Grenzziehung zum Teil. Und das ist eben ganz markant für Krebs. Wo man sagt, das ist drin, das ist draussen. Und man sagt ja oft, der Krebs hat etwas Bemutterndes. Ja, und das stimmt auch, aber nur dem gegenüber, was im Inneren, was drin ist. Ja, was draussen ist, das bemutert man dann nicht. Und bei der Marlene ist diese Grenze, quasi diese Schale, die wird von ihrer Wohnungstür ganz, ganz markant dargestellt. Alles, was in der Wohnung drin ist, das bemutert sie. Und was draussen ist, das kann ruhig draussen bleiben. Wenn es aber etwas schafft, erst mal reinzukommen, in die Wohnung rein, dann ist es dann drin. Und dann wird das dann halt bemutert und dann wird dafür gesorgt. Diese Dynamik ist dann relativ wichtig für den Film, auch für die Handlung. Jetzt habe ich ja so verschiedene Punkte genannt, wieso ich den Film als Steinbock als Saturnsee und weshalb die Marlene als Krebs. Was ist denn eigentlich der Kern dieser beiden Tierkreiszeichen? Wenn wir uns das überlegen wollen, dann müssen wir uns zuerst überlegen, okay, was macht eigentlich die Sonne in seinem Jahreslauf? Das Zeichen Krebs, das ist verbunden, zumindest im tropischen Tierkreis. Und ja, es gibt verschiedene Tierkreise, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, aber hier im Westen verwenden wir den sogenannten tropischen Tierkreis. Und im tropischen Tierkreis beginnt das Zeichen Krebs mit der Sommersonnenwende, mit dem Sommersolstiz. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, das ist der längste Tag. Am längsten Tag, da wo die Sonne seinen höchsten Stand erreicht hat, wo die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, da beginnt das Zeichen Krebs, und dann im Zeichen Krebs beginnt die Sonne langsam, langsam ihren Abstieg hin zum Dunkel, zur dunklen Jahreszeit. Was bedeutet das? Das bedeutet im Grunde genommen, das Licht, das maximale, ja, maximal Licht, bewegt sich runter zum Irdischen. Ja, es ist quasi das Herunterkommen des Lichtes runter zur Erde, runter in die Materie. Das ist der Abstieg quasi des göttlichen Lichts in die Materie rein. Anders gesagt, es geht um die Beseelung der Dinge, um die Beseelung der Welt. Und ich behaupte, das ist die Kernthematik vom Zeichen Krebs. Es geht um die Beseelung der Dinge. Und weil eben für den Krebs die ganze Welt und die Dinge beselt sind, hat der Krebs diesen ganz anderen Zugang zur Welt und zu den Dingen. Und dann kann man dann eben Mitleid haben mit den Dingen, weil man spürt, die Dinge sind nicht einfach tote Materie, die sind beseelt, die leben. Ja, und das spielt dann eben in diesem Film auch ganz, ganz stark mit, ja, diese Beseeltheit der Dinge, wo die Marleen, die spürt, die hat eine andere Wahrnehmung von diesen Gegenständen, ja, und die sind eben mit Erinnerung behaftet. Und welche Erinnerung? Es ist eben die Erinnerung an das Göttliche letztendlich, das Licht, ja, wo im Zeichen Krebs, wo man ja gerade erst vom Göttlichen herkommt und gerade erst mit dem Abstieg in die Materie rein begonnen hat. Und dann ist eben sehr typisch für Krebsmenschen, dass die sich dann mit Dingen umgeben, die sie als besonders beseelt wahrnehmen, ja. Sie würden das vielleicht anders bezeichnen, aber es geht letztendlich um das. Ich sage immer, für stark krebsbetonte Menschen ist die Wertigkeit der Gegenstände sehr wichtig, ja. Die haben nicht unbedingt gerne Plastik und Kunststoff und so, die haben halt gerne wertige Gegenstände, die eine Beseeltheit ausstrahlen. Und das sehe ich immer wieder in Gesprächen mit Krebsmenschen. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle, die starke Krebssignaturen haben, jetzt Messis sind oder Sammler oder so. Das ist nicht gesagt, ja. Aber dennoch behaupte ich, die Grundidee vom Zeichen Krebs, die Grundsymbolik des Archetypen Krebs hat mit dieser Beseelung der Dinge zu tun, wo man diesen Zugang zur Welt hat, einen ganz bestimmten Zugang zur Welt hat. Jetzt, das Zeichen Steinbock ist das genaue Gegenteil davon. Ja, auch hier wieder vom Sonnenlauf her, Steinbock beginnt mit der Wintersonnenwende, ja, das hatten wir ja kurz vor Weihnachten. Wintersolstiz, das ist da, wo die Sonne den tiefsten Stand hat, ja, das ist der dunkelste Tag im Jahr. Da beginnt der Steinbock. Aber dann im Zeichen Steinbock beginnt der Aufstieg, der Aufstieg des Lichtes, ja, hin nach oben. Und hier haben wir also quasi die gegenteilige Bedeutung. Hier geht es quasi um das Loslösen von der Materie, ja, das Dunkle wird, wird halt immer mit Materie assoziiert. Und es geht also um das sich Loslösen von der Materie und das sich Bewegen hin zum Licht, ja. Und das ist halt eine ganz, das ist der Mystiker, ja, das ist eine hochgradig spirituelle, mystische Geschichte und der Planet Saturn war auch der, das ist der Mystiker, ja. Von allen Planeten ist Saturn der Mystiker. Mit Mystiker meine ich eine Form von Spiritualität, wo man versucht, sich mit dem All-Eins oder mit dem Göttlichen zu vereinen. Das meine ich mit Mystik oder mit Mystisch. Und das haben wir jetzt beim Steinbock, ja, das Aufsteigen, das sich langsam wegbewegen von der Materie, vom Irdischen hin zum Göttlichen, zum Licht. Und klar, das sehen wir beim Finn, ja. Der Finn ist ein Asket, der sucht eine Art Ekstase, eine Art ekstatisches Gefühl, indem er sich von den Gegenständen von der Materie befreit, indem er Nein sagt. Ja, und das ist auch eine Art von Mystik letztendlich. Und das haben wir im Steinbock. Und dann eben auch die Idee von Ordnung und Struktur, weil im alten, antiken Denken war das Göttliche assoziiert mit Ordnung, ja. Quasi die äusserste Dimension, ja, wir sehen ja die Konstellationen der Fixsterne, die sich scheinbar nicht bewegen. Ja, und da hat man gesagt, ja, die bewegen sich nicht, also das ist da, wo quasi die Götter sind oder wo Gott ist, das ist die göttliche Dimension, weil da herrscht perfekte Ordnung. Und dann kommen die Planeten, die sind so ein bisschen geordnet, aber die wandern so umher, das Wort Planet bedeutet wörtlich Wanderer, also die Planeten wandern da am Himmel herum, immer noch so halbwegs Ordnung, aber nicht mehr ganz, und dann auf der Erde haben wir Chaos. und anders gesagt, das Göttliche wird eben mit Ordnung assoziiert, weil jetzt eben der Steinbock quasi diese Bewegung darstellt von der Sonne, vom Licht, von der Dunkelheit hin zum Licht, von der Materie hin zum Göttlichen, bedeutet das auch quasi die Bewegung vom Chaos hin zur Ordnung. Ja, übrigens Kosmos bedeutet auch Ordnung. es ist, der Steinbock versucht Ordnung zu schaffen und Struktur, weil er darin das Göttliche sieht. Verstehst du, das ist der grosse Unterschied zwischen Krebs und Steinbock, das ist ein ganz anderer Zugang zur Welt. Der Krebs sieht das Göttliche in der Beseeltheit der Materie, der Gegenstände drin, quasi in der Beseeltheit der Welt und die eben dann auch chaotisch ist, ja, die Marlene, die Marlene, die ist ja quasi ein bisschen chaotisch, gemilder gesagt, und das ist dieser Krebszugang zur Welt und zur Spiritualität. Aber beim Steinbock ist es eben weg von der Materie und hin zur Ordnung. Ja, das ist eine andere Form von Spiritualität. Das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das so ist. Du kannst damit anverstanden sein oder nicht, kannst dann die Kommentare schreiben, so sehr verstehe ich die Archetypen von Krebs und Steinbock. Jetzt ist natürlich wichtig zu verstehen, dass in der Welt, aber auch in den Filmen, kommen die Archetypen praktisch nie in Reinform vor. Das ist immer ein bisschen schwammig und ein bisschen, die Grenzen sind etwas wässrig. Da kann man nicht immer sagen, ja, das ist jetzt reine, reine Marsenergie oder das ist ein reines Saturn-Archetyp oder so. Das ist nicht immer so ganz klar. Und auch im Film ist es natürlich so, es gibt einzelne Szenen, wo vielleicht, wo man sagen könnte, ja, der Film, das ist vielleicht eher noch ein anderer Archetyp oder die Marleen vielleicht, in gewissen Szenen habe ich sogar das Gefühl, ja, es ist ein bisschen Stier noch und so. Da kann man natürlich alles sagen. Witzigerweise ist dann die Auflösung im Film und ich verrate es jetzt natürlich nicht, weil ich hoffe, du schaust dir den Film noch an. Die Auflösung im Film hat dann so ein bisschen eine Waage-Charakter, ja, ein Waage-Archetyp und interessant ist quasi, der Finn, der findet eine Lösung zum Problem der Marleen und die Lösung hat Waage-Charakter. Ich will behaupten, das ist Waage und das Zeichen Waage ist eben auch mit dem Saturn verbunden, weil die Waage ist dann die Exaltierung oder die Erhöhung des Saturns, ja. Waage, Tempel der Venus, aber die Erhöhung des Saturns. Und ich finde das ganz witzig, wie das dann quasi im Film abgehandelt wird. Soviel zum Krebs und zum Steinbock und zu diesem Film alles in bester Ordnung. Ich empfehle dir sehr, dass du dir diesen Film anschaust, denn was ich jetzt gemacht habe in diesem Video ist ja genau das, was ich anfangs kritisiert habe, nämlich ich habe versucht, Archetypen in Worte zu fassen und gleichzeitig behaupte ich ja, dass das gar nicht wirklich geht oder nur begrenzt geht. Dazu stehe ich auch weiterhin und deshalb empfehle ich dir, dass du den Film anschaust, weil wenn du den Film anschaust, dann bekommst du jenseits der sprachlichen Ebene ein Gefühl für diese beiden Archetypen, das ganz, ganz markant ist. Okay, nochmals bitte Daumen hoch, Kanal abonnieren und vielen Dank für dein Interesse und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.